Was wirklich ist, aber dass er nicht so geschätzt ist, dass er nicht so wichtig ist. Darum bleibt uns keine Warte, anstatt nachvollziehen, um mehr Scheine herzustellen. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Was wirklich ist, dass er nicht so ist, dass er nicht so ist. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Frohe Locke, denn der Tod hat keinen Stachel! Erste, was du gesehen hast! Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich stehe durch die Autos nicht verwiesen. Frohe Locke, denn der Tod hat keinen Stachel! Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich stehe durch die Augen des Propheten. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Lass die Entrieb herunterholen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Das war's. Das war's. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Das war's. 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 Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Fink's Büro. Komisch. 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 Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Malin, Mr. Lin, mein Gott, ich, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht. Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht, aber... Ähm, hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy, hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Boxpopuli. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Du bist ein Idiot, verdrücker! Oh, nein! Das war's. Körb, ein Tonikum, Pfingst, Wunderformel, Uhrzeitliche. Körb, ein Ton, 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 Pfingst, Wunderformel, Uhrzeitliche. Feuer fliegt aus der Hand. Teufelskuss von die Entschuldige und... Willst du dir das mal ansehen? Mal sehen. Bitte. Bucca! Nein! Töte die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Bucca! Bucca! Fireman! Bucca! Töte die Woche. Tön. Bucca! Vielen Dank.